40 Jahre Förderverein für krebskranke Kinder. Förderverein, das ist da nicht nur ein Wort. Das ist praktizierte Nächstenliebe. Tausende verbinden sich, wollen helfen, haben Ideen, unterstützen und sammeln. In diesen Tagen der Corona-Krise wird viel darüber gesprochen, wie wir uns auf Werte besinnen sollten. Gemeinsinn, Gemeinschaft, muss nicht erfunden werden. Schaut zum Förderverein, dort wird es praktiziert. Ein großes Herz. Und ich bin stolz, dass die Ortenau eine Herzkammer dabei geworden ist. Wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, dazu gehört Gemeinschaft, Gemeinsinn, Nächstenliebe, dann ist mir um unsere Zukunft wirklich nicht bang. Also, kommt alle, helft mit, wir werden Erfolg haben. Dankeschön.